Ich bin Molto, der Segelmeister und habe jetzt Aufträge gegeben. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist... Molto, Segelmeister, was ist los? Keine Aufträge. Wen ist los hier? Wie kann das sein? Die Wirtschaftskrise. Ich gehe nicht mehr. Ja? Sag mal, was ist passiert? Warum dauert das hier so lange eigentlich? Ja, wir haben kein Schlageisen gefunden, aber jetzt haben wir eins. Jetzt haben wir eins, oder was? Jetzt haben wir eins. Und jetzt geht es weiter? Hey Jungs, ich habe hier die Bühne vom Bachmann. Es ist alles drin, ich zeige euch das noch. Wir haben hier einmal einen Schlagholz. Das haben wir aber sowieso schon. Brauchen wir nicht. Okay. Aber jetzt kommt der Quill Spann-Gurte. Das heißt, wenn man mehrere Reine hat, und dann mal hier eine Rille, und da eine andere Rille, kommt das an die eine Seite, das andere an die andere Seite, dann wird dann mal fertig gezogen. Zack, dann machen wir es. Daher geht es weiter an die Rille. Und dann sind wir uns jetzt noch an die Rille. Und dann eben etwas an das auch an die Rille. Wir machen uns dann nicht genau das gewesen. Und dann passt uns auf der Rille. Vielen Dank.